herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei rettok gamble ich spiele mal wieder mecharena und zwar wettbewerb viel spaß ok und die erste runde geht los ok 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 die neuen runden ok so neu sind sie auch nicht mehr kam ja vor zwei wochen glaube ich war das ich habe mich töten das hatte ich schon mal gehabt gut da war ich ganz verwirrt gewesen hat ihn gerade auch ok ok das war aber gut gespielt jetzt sind wir hier shadow internet bleibt bitte stabil ich nehme jetzt ihn hier dran da ist jemand da kann ich mich nicht wieder beleben an der stelle der erste dauerung wir verlieren ja wir haben ja vorhin gerade auch schon verloren und ich habe gesagt wir haben gut gespielt was misst hat mir doch nicht alle vor der linse wenn ich schießen möchte ich bin verloren im scheiße gespielt nicht gut gespielt mensch naja egal dann will ich mal sagen wir gehen zur nächsten runde rüber zweiter platz naja 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 gut dann bis gleich ok jetzt zweite runde geht los und wir werden gewinnen wir werden sowas von gewinnen ja moi ausgewichter ja das ist ja noch einer und da war ich ein bisschen langsam komm, nehmen wir den das ist ja noch ein bisschen ist schon wieder verloren das gibt es doch nicht komm jetzt sind wir in hier jetzt schick mal die rakete los hatte ich auch gerade einen kill gehabt ich glaube nicht okay 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 Oh nein! Ah, völlig gestunt. Ah, wir liegen angewinnen jetzt. Wir liegen angewinnen. Oh, knapp, aber gewonnen. So, jetzt aber. Wir nehmen ihn wieder. Das ist eigentlich mein stärkster Mech zurzeit. Ach, rennen die wieder mir vom Schuss. Vom Schuss. Guck. Hacketen? Ah, geht's going. So, okay. Nein. Nachladen. Go, go, go. Nachladen. Schneller. Okay, da ist einer. War nicht mein Game. Aber die Runde war sehr schön. Sehr, sehr schön. Vier Kids, vier Unterstützungen. Damit kann ich leben. Gut, gut. Und das war die zweite Runde. Bin ich auf den ersten oder nicht? Bestimmt bin ich erster. Bestimmt. Ehh, schon wieder zweiter. Naja, egal. Jetzt in die letzte Runde. Die wird die beste. Passt auf. Okay. Die dritte Runde geht los. Ich starte wieder mit dem hier. Mit dem mache ich noch am meisten Schaden. Wie gesagt, das ist mein stärkster Mech. Und wir wollen hier am Anfang schnell welche rauskriegen. Vielleicht auch sogar die Besten aus dem gegnerischen Team. Das muss erst mal hier welche sein. Das muss erst mal hier welche sein. Die sind alle auf der anderen Seite. Das gibt es doch nicht. Das ist doch nicht. Das ist doch einer mit Rakete. Oh, das war knapp. Das war knapp. Ach, Mensch. Flash Girl. Das ist doch ein Bot. Ein dummer Bot ist das. Nein, nein, nein. Okay, es wird verlängert. So, das ist ein Spieler. Der da. Weil ich kenne keinen Bot mit einer kyrillischen Schrift. Vielleicht gibt es ja auch einen. Ja, der hat gesessen, oder? Das war gut. Jetzt nehmen wir ihn hier mal wieder. Ist eigentlich mein schlechtester Mech zur Zeit? Dich gefolgt von Shadow? Also, nicht der Mech, sondern die Ausstattung von meinem Mech natürlich. Obwohl, von Mech her ist er auch nicht gerade sehr gut. Ey! 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 hinter mir Wir liegen in Führung, also kann ich schön mit meinen Einnahmen möchte ich jetzt erst mal hier Punkte sammeln Weil ich möchte ja immer noch Erfolge haben mit den Waffen, die ich immer habe Ja, jetzt habe ich gerade verloren, jetzt müssen wir wieder gewinnen Ja, jetzt gehen wir wieder Was ist denn hier? Wo ist denn hier einer? Nachladen So eine Mist. Passiert halt, ne? Komm, mit ihnen haben wir auch noch nicht gezockt. Wir liegen auch gerade am Gewinnen. Noch? Nachladen Verstecken Sing! Sing! Woher sieht man eigentlich meinen Greenstream? Ah, da muss ich wieder einstellen. Hab ich gestern schon gemerkt, dass gestern irgendwie nicht richtig das Greenstream Wirst du sehen mal? Licht falsch gedreht? Hm, ich weiß es nicht. Mal gucken. Und die ist ja auch ein bisschen blass aus. Hm, naja. Wieder zwei Stunden neu einstellen. Egal. Also das war es erstmal für heute. Sag ich doch, ich bin Erster. Die letzte Runde war die beste. Gut. Dann sag ich mal, Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes mal seid. Bis dann habe ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao! Ciao! Dau. 0 0 0 0 0 0 Bis zum nächsten Mal.